Wir können jetzt einkaufen, ne? Ja. Was ist denn erstmal wichtiger? Ich würde sagen, der Rucksack, dass ich mehr tragen kann. Ja, ich werde mir später einen Rucksack holen. Erstmal hole ich mir jetzt noch ein paar Samen. So, was pflanzen wir denn an? Wir machen nochmal drei Kartoffeln klar. Ja, da schwindet das Geld auch wieder. Und nochmal drei davon. Das heißt jetzt, wir pflanzen nochmal fix was an. Ja, wir brauchen ja Geld. Ist natürlich praktisch. Dann. Wir haben ja noch zwei Felder frei. Die müssen wir nur wieder auffrischen. Das ist natürlich jetzt der Nachteil, dass ich da... Na Gott, muss man durch. Ups. Tack. Tack. Ups. Äh, wir haben... Was habe ich denn jetzt alles geholt? Ich brauche wesentlich mehr Platz jetzt hier. Habe ich den Hammer dabei? Habe ich ihn dabei? Na, wo willst du denn hin, Junge? Ja, schön. Na, du bist doch auch blöd. Wieso? Die großen Steine kann ich später mit aufgewertetes Werkzeug halt... ...erst platt machen. Die dürfte ich so noch nicht klein kriegen. Wenn ich mir nicht irre. Ja, doch mal auf zu pfeifen. Du pfeife. So, den Hammer brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht. Machen wir erst mal die Kartoffeln. Du bist doch auch was... Schon wieder der falsche Knopf. Ich kriege die Krise. Ha, ha, ha. Ist ja nicht so, dass wir Geld scheißen können oder so. Aber das war jetzt echt schon wieder mal typisch. So. Dann gibt's nur zwei Kartoffeln noch neu. Och, Mann. Das ist ja mal wieder recht blöd gelaufen. Ja, aber dann kann ich die... Ey, ja, cool. Kann ich die anderen Kartoffeln hier oben in pflanzen? Im wahrsten Sinne. Tak. Dann gibt's noch drei. Da noch ein. Chuck, Chuck, Chuck. Tellet, tellet, tellet. Aber ich dachte schon, mir ist gerade das ganze Ding... Ja, mach das. So, da kann ich jetzt im Moment nicht. Das heißt, ich muss hier weitermachen. Zwei, drei. Zwei, drei. Tak. Dann packen wir so lange den Rucksack. Dann packen wir so lange den Rucksack. Dann packen wir so lange den Rucksack. Und ja. so und jetzt noch bitte genug kraft haben dass ich alles gießen kann ja jetzt nicht schlapp machen mein freund na ich wusste dass der nicht wird immer das ist das ist das ist am anfang nicht zu derbe zeitaufwendig jungen g nach kein müll machen wir jetzt und sollte das passieren dann kann ich euch präsentieren wie es wie es ist wenn er halt zusammenbricht was ich aber nicht hoffe schon spät die wölfe kommen die eulen meine ich ja schütteln jetzt den kopf so wie zeit hat der junge ins bett kommt schon spät ja spät andere leute stehen da gerade erst auf der ich nicht hallo hund wäre cool wenn es mal regnen würde na ja verschwende ruhig deine gießkraft mein freund könnte ja passieren dass du um kipps jetzt haben wir erstmal ordentlich was zu gießen hier ja man muss sich wirklich bis zum winter hin so einen kleinen so einen kleinen notgroschen auf alle fälle beiseite halten weil das hier noch richtig 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 ich habe das gefühl wir schaffen das nicht dass wir diese gucken jetzt auch noch passend reif kriegen was natürlich schade ist das heißt wir tauchen an diesem erntetag ohne was zu futtern auf also ohne ernte es ist natürlich ein bisschen ärgerlich gerade aber ja man sieht ich spiele mit der gefahr aber es nimmt hier wirklich gestalt an ich bin schon recht schillig ja man sollte auch die richtigen stellen gießen wir gehen mal zur sicherheit hin und hat er sich hingesetzt und wollte mit den füßen im wasser planschen nur leider hat er gemerkt dass er die schuhe noch andere traurig so hätten wir das auch haben wir das wichtigste auch schon mal wieder hinter uns haben wir das wichtigste auch schon mal wieder hinter uns das heißt es ist eigentlich nur eierschaukeln wieder könnte meinen kassensturz machen 1300 haben wir schon wieder jetzt sagt die nur das geht aber jetzt rund wir brauchen auf alle fälle futter und kauft mir ist mal futter ein schnäller schnell schnell hallo oh hallo wie kann ich möglich sein ich möchte was kaufen so zwei haben wir noch ja so natürlich komme ich bald wieder ganz viele hühner was können wir denn noch machen jetzt so eigentlich ist ja schon wieder so bettzeit angesagt aber ich würde sagen wir gehen noch mal gucken so was sie so für nette leute rumrennen verbringen wir den tag noch wir kommen hey pappel willst du etwas essen Warte einen Moment. Weil du neu hier bist, denke ich, dass es hier aufs Haus geht. Was meinst du, Papa? Sicher, komm einfach öfter zu uns. Siehst du, warum bleibst du nicht und isst? Hört sich gut an, ja! Super, mach dein Spezialgericht, Papa. Überlass das mir, das wird das Beste, was du je gegessen hast. Papa ist ein guter Koch. Hurra! Deswegen sind ja so viele Gäste. Bitte sehr, iss, es wird kalt. Bitte sehr, Pepe. Dankeschön, ihr seid so nett zu mir, ich weiß gar nicht, was ich ohne euch machen würde. Ich denke, zu Hause essen. Gut, yay. Wie schmeckt es dir? Magst du es, Pepe? Nimm dir ruhig noch nach, ist ja nichts mehr auf dem Tisch. Du bist der Beste, Papa. Natürlich, hast du daran gezweifelt? Ist so viel du willst. Wer arbeitet, muss auch viel essen. Oh, ja, Entschuldigung. Ab und zu habe ich das Problem, weil ich im Stimmbruch bin. Ich sehe gerne, wie du ordentlich zuschlägst. Ich habe entschieden, dass ich dich mag, Pepe. Ja, wer tut das nicht? Ich bin halt ein super netter Bursche. Du musst nicht bezahlen. Komm nur jederzeit wieder. Ja, ich bin ab und zu auch im Stimmbruch, aber das passiert. Ich arbeite immer hier. Ja, komm jederzeit und besuch Anne. Sie wird sich freuen. Papa. Hör auf damit. Ich bin echt am überlegen, mit Anne was zu starten. Weil Anne ist ja doch wohl eine Schnucklige. Ja. Ach, die sind alle nicht hässlich. Das ist das Problem. Ja. Das ist eigentlich doof. So, wir gucken noch einmal kurz, was der nächste Tag sagt. Gieß noch einmal und dann ist der... Dann mache ich auch ein Aufnahmesession Stopp. Das war's für heute. Ja, genau. So, hallo Hund. Machen wir noch einmal... Ernte, Ernte. Ah, das wird echt knapp. Müsste morgen echt reif sein. Wäre vom Vorteil. So, wir fangen aus. Und dann gehe ich sowohl weg. Unkraut. So, was meinten hier. Tapp. Tapp. Man, dass der immer so viel Anlauf braucht, um da rüber zu kommen. Ja, wenn es jetzt schafft, auf einmal zwei Höppel, ne? Das haben wir doch gerne. Sollte es das schon aufheben? Oh. Es dauert immer so lang. Und man ist echt zu blöd. Wenn wir schon mal hier sind, kann man auch eben hier... Zack. Ja, ne? Da wird doch schwach, der kleine Pepe. Ist ja auch so anstrengend zu gießen. Ich weiß sowieso nicht, warum der keinen Gartenschlauch nimmt. Oh, das... Ja, man sollte auch... Jung. So. Und happy-dee. Ja, komm, dann machen wir den auch noch hier. Der ist gerade wieder zu blöd zum Hüpfen. So, hätten wir das auch. Na, nicht pfeifen. Einmal gucken, was die Kasse sagt. 1026. Ja, wir kriegen... Langsam aber sicher kriegen wir doch ein gutes Einkommen. Zumindest so viel, dass es reicht, um... Im 1000er-Bereich zu sein mittlerweile. Hallo, ihr Hühnchen. Hallo. So, kriegt auch noch Futter. Ciao. Können wir mal... Farmkarte, Erträge, Memo. Kann ich hier gucken, wie es den Hühnchen geht? War das hier? Und der Mahle eins. Ei gemacht. Ja, hochwertige Eier. Sehr hochwertige Eier. Ja, was es hier noch alles gibt, was man später verkaufen kann? Das ist echt cool. Wolle. Genau, Abfallmetall war das. Ja. Genau so war das. Da konnte ich ja noch Weih-Talk machen, ne? Fischen. Ja, fischen kannst du noch. Siehst du, die können ernten, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Boah, ich habe einen Tag gebraucht, um den Höchstbetrag von 1600. Yay. Das ist ja echt gar nicht mal so schlecht. Anzahl versandt Rübenfische. Ja, genau das. War das gut? Dann konnte ich das hier nicht sehen. Erträge. War das da? Nein, das... Doch. Das ist ja der Hühner. Schnuffel ist gesund. Ja. Huh. Und Wayne ist auch gesund. Das hört man doch gerne. Ja, ich mache sogar Plus. Haha. Das ist doch schön. Das ist schön, schön. So, meine Freunde. Ich mache aber an dieser Stelle jetzt Feierabend. Man sieht sich im nächsten Part von Harvest Moon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschuhu!